Harry Hurtigt sagt guten Morgen. Heute am 13. September 2017. Es ist Ortszeit 8 Uhr. Strand von Cabarete in der Dominikanischen Republik. Hier läuft unser Wachmann. Wir haben ungefähr 30 Grad. Keinen Wind, wenig Wellen. Und von unserem neuen Studio aus senden wir hier die ersten Eindrücke. Ja, näher am Strand kann man eigentlich nicht wohnen. Hier ist der Pool. Und hier ist das Meer. Meer, Meer geht nicht. Und wenn Sie auch mal hier wohnen möchten, Mieten kaufen. www.check7x24.com So, Harry Hurtigt sagt jetzt Tschüss und bis bald.